Ist bei euch noch schönes Geschenkpapier? Heute basteln wir wieder eine Karte. Legen deine Größe, die aus deiner Kartonkarte besteht, auf die Innenseite des Geschenkpapiers. Zeichne es nach und schneide es aus. Noch aufeinander kleben und in den Umschlag reinstecken, Buchstaben suchen, aufschreiben und am Tag 24 in die Kommentare schreiben.